gewinnen ein spiel lassen euch zwei gewinnen für durch sich und dann geht's weiter ja dann geht's auf die jetzt gekauft bekommen aber die kosten fünf euro glaube ich für die karten ja ja schon klar 299 kosten die die just dance karten zumindest auf kostet ja so viel ja die flitschaften kosten fünf euro nicht hatte mir dann muss ich mir die mal in der woche kaufen am donnerstag ist ja der erste ich will mir diese war dann die woche kauft dass man der ps in karten holen dann so ok dann lade ich mich rein dass wir keiner wissen ja super hier erscheine das ist nicht mehr ihr spielt wieder zusammen du weißt was zusammen passt passt zusammen jeder passende topf hat einen passenden deckel so jetzt ist es ja wie heißt das leute fängt ja gut an wir haben ja halb machen so an die halbe stunde die folge so dann spielt immer weiter gelb ok aber ich bin grün tut mir leid baby aber wollte grün also ich kann ihn bedienen ich will aber nicht dass du mich bedienst aber penny tut mir leid baby ich kann nicht anders sache die sollten wir nie wieder zusammen spielen lassen kannst ja mal bei uno nur beschwerde einlegen mach ich schreib dir nachher im brief ach scheiße aha nicht blöd ja so gut dass du es merkst aber ist gut ist gut ist gut ist gut das war gut ja hast du absichtlich gemacht um mich zu ärgern ne ich hatte nichts anderes ja ja sagen sie ja alle ja ja hey du die und dann darfst du nicht mal mitspielen so unfair diese kartenliebe und dann darfst du nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tönt mir ein Leid. Warum wusste ich, dass der irgendwo noch so was mit den Hintern hat? So Geheimvorrat von plus 4. Sieg. Ich sag ja, das ist unfair, aber ich bin ja bis 300. Weiter so. Ich hab zwei Karten losgewordet so aus. Wenn ich mal mitspielen darf, hab ich die Karten. Toll. Doch, da war die. Aber die ist besser. Ja, stimmt. Stimm ich dir voll zu, Kev. Stimm ich dir voll zu. Nein, ich auch. Markus, lach nicht so laut. Oh. Markus, das ist ganz bestimmt. Da ist mal. Plus 4. Hier, Kramer schlägt sofort zurück, sehr geil. Guck, ihr habt jetzt eine höhere Punktzahl wie hier. Ja, wir haben jetzt fast die 300 voll. Ja. Aber was ne Runde. Markus kriegt das zu mir. Kramer. Ach, geil. Okay. Aber es hat genau die Richtige getroffen. Psst. Das ist Udo. Die gehen Freundschaften kaputt. Sind wir Monopoly? Hat das einer von euch? Ich hab's auf der Platte drauf, ja. Okay. Monopoly hat jetzt dann den Sinn, wenn das Brett empfängt zu fliegen. Ich weiß nicht, ob's die anderen haben. Ich hab's nicht. Na theoretisch hätten wir dann ja noch. Also ich weiß, was es kostet. 5 Euro oder was gekauft hat. Vieles nicht. Zumindest damals was gekauft hat. Was hast du denn für Monopoly? Das Family Pack irgendwas, glaub ich, ist das. Weil wir müssten dann schon, muss man das Allgemeine haben. Alle dasselbe. Ja, müssen wir mal gucken, dann. Na ja, zumindest mal eine Alternative. Die Motopoli hast du aber auch wieder so langwierig gespielt. Ja klar, aber könntest du mit mehreren spielen. Könntest du bis zu sechs spielen, glaub ich. 5 oder 6 waren es meistens. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt gerade momentan hab ich eh kein Geld für Kuhspiele kaufen. Ich hab jetzt gerade das Poevo noch geholt. Ich hab mich doch. Der Peer fuhlt sich das zurück. Ne, leider nicht. Ach. Stimmt. Doch. Oh, oder doch. Ich hab bei Konter gesetzt. Toll. So. Ich kann nicht anders spielen. So. 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 Toll. So. So. ich habe mich nicht gleich was auf die gefurte dafür wird sie die die geförte du hast gesagt mit noch eine partie jetzt ist leider eine letzte session habe ich gesagt nicht letzte partie wir haben noch gut 20 minuten also ich bin weiter wenn ihr bock habt ihr geht jetzt weiter mit 3 und damit wieder mit über 300 also jetzt wirklich jetzt wenn man jetzt die drei oder da reicht dann nochmal feierabend danach wer jetzt gerade mal zehn minuten gespielt haben also für die drei matches ist halt ja kein bock werde ich mag was du bist ganz ein bisschen ruhig was du bist gerade sehr ruhig der sagt nichts der hat schon kein bock mehr da fühlt sich immer noch gemacht vor dem spiel eben wir können demnächst mal wieder ganz spielen käften reden wir dann noch mal über morgen ja alles gut können wir machen ja das spiel wochen mich ich bin das hast mich so weiter käft gerne in die falsche richtung schlägt und sich dann aufregt das muss ich mir dann mal besorgen darf ich mal mitspielen klar zum glück haben wir gleich keine live überträger und ich nehme auf youtube könnte ich eigentlich auch machen ja ihr macht krachten tausch ne ich schenke euch krachten und du spielst dich mit ja seid gemein ja immer her damit habt ja gefangen immer her damit ich möchte überraschen dass sowas jetzt kommt das war nicht schlecht reines mobbing eines mobbing spiel dann gehen wir auf gelb ich habe neue karten hat was kann nur gesagt also wenn ich hier zurück also So. Man! Aufpassen! Garten ziehen. Dann gehen wir mal eine Runde rum. Ja, klar. Passt. Welche Farbe? Sorry. Ja, ist gut. Wie gesagt, ich kann damit absolut leben. Ich hab hier noch alle rumlegen können. Das war doch blöd. Der Tasche auch blöd. Darf ich mitmachen? Ja, kannst du machen. Ernsthaft! Der Markus, der rächt sich doch jetzt grad nur da, weil ich hier nebengehört gebobbt hab. Ja, das ist gut. 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 Das ist gut. Ich gebe dir nichts anderes. Das ist gut. Das ist gut. Ich gebe dir die Zimus-Sachgabe. Das ist gut. Ich gebe dir das. Ich gebe dir das. Ich hatte so gehofft, dass wir die drei reinwillen. Ja, gut gemacht. Hä, ich drücke dazwischen, Läger macht's nicht. Alter, dieses Spiel ist manchmal echt ein bisschen bekloppt. Falsche Tasse gedrückt? Nein! Okay. Dann wäre ja rot gewesen, hätte er Öd gemacht, wenn ich falsch gedrückt hätte. Ja, manchmal klappt es auch mit der UNO nicht dann dabei. Wenn der zu schlecht oder UNO drückst, nimmt er das nicht. Scheiße, falsche Tasse gedrückt. Oh mein Gott. Nö, war das gut. Krass. Kann ich mir lehnen. Nee, ich weiß nicht. Was macht mir das? Ganz fachdickes Baby. Da will ich mal mitspielen, ja. Voll dagegen. Hat hoch. Blau ist schöner. Sehe ich's genauso. Hätte ich auch keine Chance gehabt, ich hätte keine Aufsätze. Du hättest ne, oder ne Plus hätte sie können setzen müssen. Ja. Deswegen hab ich in dem Moment nur halt wie noch als letztes aufgehoben. Du machst dasselbe wie ich fast. Ja, ja. Ja, manchmal klappt es, funktioniert das. Zwei doofe, ein Gedanke, ne? Ich bin der Gedanke. Danke. So, äh, dann spielen wir jetzt mit. Alles okay, Gabe. Blau. Ja, hab ich. Wie geht? Das wäre auch sehr gut. Die Gedanke. Ja, noch ein paar los, komm, komm. Da, komm. Dafür darfst du nicht mitspielen, so. Ach, das ist so ne Kacke, weißt du. Sorry, Markus, das tut mir wirklich so leid. Ich würde ja gerne mal den Turmhaus rein in eine Reindrücken und nicht immer nur dir. Die ist aber schnell wieder los. Ja, okay, wenn du den Müll handelst. Ich sitze ja echt neben mir. Die hab ich dann eben wieder verdrückt. Die hätte ich nämlich auch kottern können, die drei. Woah, ist das auch mal? Ja, das ist auch mal. ja super weiter geht die reise nach dem unterleben ihr seid cool haben wir klar ja gibt mir zwei was lieber nicht 66 habt ihr seid so großzügig zu mir ja hat noch so großzügig geworden ja ich bin ich die karte die tasten und gewonnen jetzt ja aber da kann es doch nicht mehr machen wenn da überhaupt nicht mehr machen wenn die plus 4 als dann kannst du nichts mehr machen so genau so ist es